Ja so, sehr geehrte Damen und Herren, jetzt nochmal herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar, hatten gerade kurz noch ein kleines Problem, unser erstes Webinar, da sieht man es uns hoffentlich nach, dass man gleich noch, oder dass man vielleicht noch mit einem kleinen Problem startet, aber jetzt sind wir ready, ich denke alle sind jetzt soweit, wie wir das jetzt auch sehen, eingeloggt und können uns sehen und auch den Bildschirm entsprechend vor sich sehen, was wir Ihnen präsentieren möchten, wir möchten Sie noch ganz kurz daran erinnern, beziehungsweise informieren, dass das Webinar aufgezeichnet wird, das heißt Sie erhalten im Nachgang dann einen Link, unter dem Sie sich das Video dann an der Aufzeichnung entsprechend auch noch nachsehen können, wenn Sie vielleicht jetzt noch irgendwie sich rückversichern wollen oder sich es nochmal in Ruhe ansehen möchten. Vielleicht nur ganz kurz vorweg ein paar kurze Worte über Tech-Division, Tech-Division GmbH beschäftigt sich ja schon seit vielen Jahren mit Magento, wir beschäftigen etwas über 80 Mitarbeiter an zwei Standorten, in Kolber, München arbeiten im Umfeld von B2B E-Commerce Projekten, aber auch B2C E-Commerce Projekten, heute geht es ja vor, nämlich um das Thema B2B mit der Magento B2B Edition und unser Leistungsspektrum erstreckt sich über die Analyse, Beratung, strategischen Bereich, Digitalstrategien, über das Thema Konzeption, Design, Projektmanagement und natürlich Webentwicklung mit den entsprechenden Technologien im Magento Umfeld und bei Marketing und Content Produktion. Vielleicht noch ganz kurz etwas zum Magento Universum, damit Sie die Produktpalette ein bisschen näher kennenlernen, was Magento mittlerweile anbietet, das Produktumfeld und das Produktuniversum wurde die letzten Jahre oder insbesondere die letzten zwei Jahre stark ergänzt, gestartet hat man ja mit der Magento Community Edition vor vielen Jahren, da kam die Enterprise Edition dazu, das Ganze nennt sich jetzt mittlerweile Magento Digital Commerce, auch da gibt es eben beide Editionen, Community und Enterprise Edition und darum bildet sich ein schönes Ökosystem an unterschiedlichen weiteren Produkten, zum einen der Marktplatz mit den Extensions, die jetzt gerade im Umfeld der Magento 2 Version komplett gelauncht wurden, dann ein weiteres Produkt, das letztes Jahr vorgestellt wurde, das Commerce Order Management System, das ist ein klassisches Order Management System, das eben Magento erweitert um Order Management Funktionalitäten, speziell wenn es in Richtung Omnichannel dann geht, das ist die Verbindung von stationären Einzelhandel und einer E-Commerce Plattform, darüber hinaus wurde im letzten Jahr ein Unternehmen, nämlich Algei Metrics zugekauft und dieses Unternehmen stellt eine Business Intelligence Software für den E-Commerce zur Verfügung, die jetzt aktuell gerade in Magento integriert wird. Im Rahmen der ganzen Cloud Anforderungen und insbesondere natürlich auch, dass viele E-Commerce und generell Web Anwendungen in die Cloud wandern, hat sich natürlich Magento auch dieser Sache angenommen und bietet zudem eine Magento Enterprise Cloud Edition an. Wir wollen uns heute aber mit dem Thema B2B auseinandersetzen und Magento Digital Commerce bietet jetzt ein Add-on eben für den B2B Handel entsprechend an, das so klassische Funktionalitäten abbildet, die im B2B häufig gefordert sind und vorneweg gesagt, Magento B2B oder die B2B Edition ist Teil der Magento Enterprise Edition, das bedeutet also es fallen keine zusätzlichen Kosten von Magento Enterprise B2B an, sondern das ist wirklich in der Enterprise Lizenz mit inkludiert. Ja, das wäre es jetzt erstmal zum Produktuniversum von Magento und ich würde jetzt ganz kurz an Laurent übergeben, der bei uns jetzt die Demo für Sie machen würde und im Nachgang gibt es dann entsprechend noch die Möglichkeit, dass Sie über das Chatfenster uns Fragen stellen und die würden wir dann natürlich sehr gerne beantworten. Genau, von meiner Seite aus nochmal ein herzliches Willkommen an alle unsere Teilnehmer, die uns heute zuhören. Ich habe heute die Ehre, Sie durch die neuen Magento B2B Features zu führen, würde da gleich mal starten. Ich weiß nicht, inwiefern Sie alle vertraut sind mit dem Magento 2 Backend. Ich werde heute nicht erklären, wie Magento 2 im Detail aussieht, sondern werde mich wirklich heute nur auf die B2B Funktionalitäten, die hinzugekommen sind, mit der Magento B2B Edition fokussieren. Ich würde da ganz gern im Configurations Bereich von Magento anfangen. Da sehe ich hier unter dem Reiter, beziehungsweise unter dem Bereich Allgemein, einen neuen Reiter B2B Features. Da sind die Funktionalitäten aufgelistet, die eben mit dieser Magento B2B Edition mitkommen. Es geht also zum einen um die Verwaltung von Unternehmen, die eben jetzt möglich sind, um die Erstellung von sogenannten Shared-Katalogen. Shared-Kataloge sind kundenindividuelle Kataloge mit einem speziellen Pricing, das auf Kundenebene, beziehungsweise auf Kundengruppenebene einschränkbar ist. Dann ist es in der Magento B2B Edition möglich, Quotes abzusenden und zwei Funktionalitäten sind noch enthalten, die auch in der B2C Edition bereits in einer B2C-Form enthalten waren. Das sind einmal die Quick Orders, also Orders, Bestellungen möglichst schnell zu platzieren und Requisition Lists, das sind Bestelllisten. Das ist eine einfache Erweiterung hinsichtlich der B2B-Anforderungen von den bekannten Wunschlisten. Zudem habe ich hier im Konfigurationsbereich die Möglichkeit, Payment-Varianten einzuschränken für meine B2B-Kunden. Das heißt, im Default-Modus sind standardmäßig alle Payment-Varianten aktiviert. Ich könnte aber auch nur spezifische Payment-Varianten, die ich jedem anbieten möchte, meinen B2B-Kunden zur Zahlung zur Verfügung stellen. Soviel zur Konfiguration, ich würde jetzt einfach mal direkt in das erste Feature reinspringen und zwar, das sind es die Unternehmen, die Unternehmensverwaltung, verbirgt sich hinter dem Reiter Kunden, hier gibt es eine neue Kategorie und zwar nennt sich die Companies. Allgemein sollte man sagen, die neuen Features sind komplett in Magento integriert, das heißt, man kann auch auf das Magento 2 Grid zurückgreifen, das sieht man hier, das heißt, ich habe meine Standard-Funktionalitäten, wie eben zum Beispiel eine Volltextsuche, ich kann Filterungen vollziehen, damit meine Unternehmen eben relativ einfach finden, ich kann verschiedenartige Views definieren für Backend-Usergruppen, ich kann meine Spalten anklicken oder auch wegklicken, die dann hier unten je nach Präferenz eben im Drag-and-Drop-Verfahren individuell verschieben und es besteht natürlich auch eine Exportmöglichkeit, wie in den anderen Bereichen von Magento 2, entweder als CSV oder als XML. Ganz wichtig zu wissen zu Unternehmen ist, dass ein Unternehmen immer einen Status hat. Magento unterscheidet generell in vier Statis, die da zur Verfügung stehen, da können wir mal in so einen Eintrag zum Beispiel in Tech-Division GmbH, das ist eine Firma, die ich schon mal als Beispiel angelegt habe, also uns. Hier sehe ich die Statis, die generell möglich sind, das heißt, wenn jetzt eine neue Registrierungsanfrage im Frontend reinkommt, würde der Status eines Unternehmens immer auf Pending Approval stehen, weil der natürlich erst vom Händler genehmigt werden muss. Darüber hinaus gibt es noch die Statis Rejected, wenn ich einem Unternehmen nicht erlauben will, in meinem Shop einkaufen zu können, dann könnte ich eben den Status setzen und das Unternehmen würde dann eine Benachrichtigung per Mail bekommen, dass es nicht bei uns im Shop einkaufen kann. Und es gibt noch einen weiteren Status, der nennt sich Blocked. Blocked steht für eine temporäre Blockierung, zum Beispiel, wenn eine Rechnung noch offen steht. Active ist für Unternehmen vorhanden, die bereits vom Händler Approved sind, die also vollen Zugriff zu unserem System bekommen und entsprechend auch entweder Orders platzieren können oder Angebote anfordern können. Da würde ich jetzt mal ganz gern ins Frontend switchen, wie man so ein Unternehmen anlegen kann. Ich sehe hier unter Create an Account die Option, ein neues Unternehmen anzulegen. Ich müsste dann dementsprechend meine Felder befüllen mit dem Namen, mit der E-Mail-Adresse, Umsatzsteuer-ID, Adresse und müsste einen Unternehmensadministrator definieren. Ganz wichtig zu wissen ist bei dem Unternehmensadministrator, es kann nur einen geben, den ich hier definieren muss, den kann ich dann in meinem Account-Bereich auch jederzeit wieder ändern, aber es kann für einen Unternehmen nur einen Administrator geben. Den muss ich hier eintragen, wenn ich die ganzen Felder dann befüllt hätte, dann würde ich meine Anfrage starten und das Unternehmen würde dann hier in meiner Unternehmensliste entsprechend aufpoppen. Nehmen wir mal die Tech-Division e-Consulting GmbH zum Beispiel, weil man sieht hier beim Status, dass die noch auf Pending Approval stehen, das heißt, die haben ihre Registrierung gerade abgeschickt, haben die Benachrichtigung bekommen, dass sie vom Händler erst genehmigt werden müssen, bevor sie sich einloggen können in den Shop-Bereich. Könnt ihr jetzt hier in den Unternehmenseintrag reinschauen als Händler und würde dann hier eben, wie gerade erklärt, den Status Pending Approval sehen. Ich könnte den jetzt, wie gesagt, auf Active setzen, dann wäre es möglich, den Status eben zu wechseln, das Unternehmen würde dann eine E-Mail-Benachrichtigung bekommen mit der Aufforderung, das Passwort zu setzen. Das würde dann vom Admin durchgeführt werden des jeweiligen Unternehmens. Zudem muss ich einen Sales-Verantwortlichen definieren, falls der Händler noch Rückfragen hat. Das ist im Default-Modus immer der Admin, könnten aber jetzt auch andere User sein von dem Unternehmen, die ich hier in dem Dropdown-Feld eben auswählen kann. Der Händler hat zudem die Möglichkeit, Account-Informationen zu ändern, die Adresse zu ändern, auch den Admin zu ändern für das jeweilige Unternehmen und was auch ein optionales Feature ist, Unternehmen können in der B2B Edition auf Kredit einkaufen. Das heißt, ich könnte hier eine Währung definieren, ich könnte ein gewisses Kreditlimit angeben, das heißt, ich sage, Tech Division E-Consulting GmbH darf nur bis 1000 Euro auf Kredit kaufen. Ich könnte dann auch eine Änderung vornehmen, das heißt, ich könnte denen theoretisch auch erlauben, indem ich diese Option aktiviere, über diese 1000 Euro einzukaufen, aber wenn ich das nicht aktiviert habe, dann werden alle Käufe über die 1000 Euro eben abgelehnt. Dann habe ich hier noch den Advanced-Bereich, die Advanced-Einstellungen, da kann ich dann noch jedem Unternehmen eine Kundengruppe beziehungsweise einen Shared-Katalog zuweisen. Auf die Shared-Kataloge komme ich nachher noch zu sprechen, das Feature werde ich noch herzeigen. Dann ist es möglich, auf Unternehmensebene zu definieren, ob ein Unternehmen in der Lage ist, Quotes abzuschicken oder nicht und ich könnte aus den Payment-Methoden, die ich im Konfigurationsbereich festgelegt habe, könnte ich nochmal spezifische rauspicken auf Unternehmensebene. Ich würde jetzt nochmal ganz gern ins Frontend switchen, ich habe jetzt schon mal ein Testunternehmen, wie gesagt, uns angelegt, da bin ich als Administrator definiert worden, also als Company-Administrator. Logge mich hier mit meinen Daten ein und sehe, dass die Menüleiste deutlich größer geworden ist im Vergleich zu der B2C Edition. Das heißt, ich sehe hier eben neue Reiter, wo ich eben meine Angebote einsehen kann, ich sehe hier die neuen Reposition-Lists, die neue Funktionalität und ich sehe hier unten einen relativ großen Bereich, der sich eben um die Unternehmensverwaltung kümmert. Unter Company Profile hätte ich nochmal die Möglichkeit, mein Unternehmensprofil zu editieren, das heißt eben die Account-Informationen, nochmal den Administrator vielleicht neu zu setzen, zu ändern, den Sales-Verantwortlichen zu ändern und hier nochmal meine Payment-Informationen einzusehen. In dem nächsten Reiter hätte ich die Möglichkeit, eine Unternehmensstruktur zu setzen. Ich habe jetzt hier schon mal so eine Beispielarchitektur angelegt. Die meisten von Ihnen wissen es wahrscheinlich, wir haben zwei Büros. Ich habe jetzt einfach mal als Beispiel diese zwei Büros als Einkäuferorganisationen angelegt, das heißt eben eine Einkäuferorganisation für unseren Hauptsitz in Kolbermoor und eine weitere Einkäuferorganisation für unser Büro in München. Ich sehe unter einer Einkäuferorganisation kann ich Einkäufer anlegen, das heißt ich habe jetzt den Herrn Beusen und den Herrn Willkummer mal für unsere Einkäuferorganisation in Kolbermoor angelegt und den Herrn Storz für München. Ich habe jetzt hier relativ komfortabel die Möglichkeit, innerhalb von diesem Baum per Drag-and-Drop-User beziehungsweise auch Einkäuferorganisationen einfach hin- und herzuschieben, das heißt mal angenommen, der Herr Willkummer würde jetzt zum Standort München wechseln als Einkäufer, dann könnte ich den hier im Drag-and-Drop-Verfahren relativ einfach einfach runterziehen. Das Ganze kann ich natürlich dann auch wieder rückgängig machen, indem ich ihn dann wieder in die Einkäuferorganisation Kolbermoor hinzufüge. Zudem sehen wir oben ein Schnellmenü, das heißt ich kann entweder diesen Baum einklappen, aufklappen, ich kann direkt einen User on the Fly anlegen, da öffnet sich ein Pop-up-Fenster, wo ich dann bestimmte Felder befüllen muss, wie zum Beispiel den Jobtitel, auf das Rollen- und Rechte-System kommen wir gleich noch zu sprechen, Name, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und eben den Status, ob er aktiv ist oder inaktiv, also ob er sich einloggen kann in den Company-Account oder eben nicht. Dasselbe könnte ich auch für Teams machen, also in dem Fall für Einkäuferorganisationen, das heißt die könnte ich hier auch direkt anlegen, ich könnte auch direkt User- oder Einkäuferorganisationen editieren und könnte dasselbe auch löschen. Company-Users ist im Prinzip nochmal eine ähnliche Darstellung, nur als Tabelle, das heißt ich habe hier nochmal meine kompletten User, die in meinem Unternehmen angelegt sind, gruppiert mit den jeweiligen Informationen, das heißt eben mit dem Namen, E-Mail-Adresse, mit der Rolle, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, mit dem jeweiligen Team, mit dem Status und ich könnte jetzt den User auch hier direkt in den Company-Structure-Bereich entweder editieren oder löschen. Genau, ganz spannend wird es jetzt in diesem Roles-and-Permissions-Bereich, hier habe ich wirklich, wir können jetzt mal eine neue Rolle anlegen, eine beispielhafte Rolle, ich habe mir gedacht, dass wir mal das Beispiel durchgehen mit Buy-on-Quote, das heißt, dass der Einkäufer nur Artikel beziehungsweise einen Warenkorb einkaufen darf, wenn er auch eine Quote angefordert hat, das heißt, wenn er ein Angebot angefordert hat beim Händler. Hier unten sehe ich den Kategoriebaum, wie gesagt, die Berechtigungen sind sehr feingranular einzuschränken, zum Beispiel, ob der User bestellen kann und wenn ja, ob er auf Kredit bestellen kann, ob der User Bestellungen einsehen kann, Angebote anfordern, das würde ich jetzt gleich mal anhaken, das heißt, unser User, unsere Rolle, soll Angebote anfordern können, editieren können, oder auch löschen können. Würde ich das anhaken hier und wenn er ein Angebot zurückerhält vom Händler, soll er dieses Angebot auch direkt einkaufen können, das heißt, eben den Checkout vollführen können, deswegen würde ich das auch mal anhaken. Zudem gibt es hier noch die Möglichkeiten, zum Beispiel Company-Profile zu editieren, das Rolls-and-Permissions-Management eben zu vollziehen oder eben auch das Firmen-Guthaben einzusehen. Aber wir belassen es jetzt erstmal bei diesen Einschränkungen, wie gesagt, und speichern jetzt die Rolle mal. Genau, jetzt muss ich diese Rolle natürlich noch, die ich gerade erstellt habe, die würde ich jetzt einfach mal einem Einkäufer zuteilen, zum Beispiel dem Herrn Beusen, da gehe ich auf diese Auflistung, Company-Users, müsste dann hier eben sein Profil, weil er hat aktuell die Rolle Default-User drinstehen, würde er dann diese Rolle editieren. Hier oben in dem Dropdown wähle ich jetzt auf Buy on Quote, sichere die, würde mich dann ausloggen mit meinem Admin-Account und logge mich dann wieder ein mit dem Account von Herrn Beusen und da werden wir dann den Unterschied sehen zwischen dem Admin-Account und einem Account eines einfachen Einkäufers. Genau, man sieht, er hat eine eingeschränkte Sicht, das heißt, es sind nicht mehr allzu viele Menüpunkte vorhanden und er kann jetzt, wenn ich mir hier mal Produkte in den Warenkorb lege, sehen wir, dass er keine Möglichkeit hat, den Warenkorb direkt auszuchecken, das heißt, gleich in den Einkaufsprozess zu gehen, sondern er hat hier eben nur die Berechtigung bekommen, ein Angebot anzufordern. Bei Angebote anfordern gibt es noch eine Besonderheit, die man im Backend einstellen kann, das heißt, ich kann eine bestimmte Summe definieren, ab wann diese Option überhaupt eingeblendet werden soll. Das heißt, ich habe hier im Config-Bereich nochmal unter Sales und dann Quotes die Möglichkeit, eine Minimum-Summe zu definieren, ab dem ein Angebot erst angefordert werden kann. Und hier habe ich noch die Möglichkeit, einen Default-Wert zu setzen, ab wann denn so eine Quote default-mäßig auslaufen soll. Wir sind 30 Tage mal veranschlagt, kann man allerdings dann auch manuell nachher noch definieren. Das heißt, ich bin hier immer noch mit dem Account von Herrn Beusen unterwegs, würde jetzt hier einfach mal ein Angebot anfordern, das heißt, hier hat man die Option, eine Kommentierung zu hinterlegen, ein Kommentar, einen Namen, bitte um Angebot für folgenden Warenkorb, Angebot, Herren, Shirts und hätte hier auch noch die Option, einen Anhang zu übermitteln, zum Beispiel, wenn ich die Artikel in einem anderen Online-Shop schon mal günstiger gesehen habe oder wenn ich die Artikel zum Beispiel schon mal zu einem vorherigen Zeitpunkt schon mal gekauft habe, günstiger, dann hätte ich hier theoretisch noch die Möglichkeit, das eben durch den Anhang noch mal zu untermauern. Ich würde dann hier meine Anfrage absenden und sehe das ja dann auch in meinem Quotes-Bereich, im Account. Jetzt wäre der nächste Schritt, dass sich der Händler ins Backend einloggt und jetzt sehe ich hier unter dem Reiter Sales die neue Möglichkeit, eben meine Quotes anzusehen. Wie vorher schon erwähnt, kann ich auch hier, wie bei allen anderen B2B-Funktionalitäten, eben auf dieses Magento 2-Grid zurückgreifen, was es mir gerade, wenn ich hier mehrere Quotes drin liegen habe, sehr einfach macht, nach einer bestimmten Quote zu suchen. Ich sehe hier hinten jetzt im Status-Bereich, dass ich hier eine neue Quote eben von Ben Beuysen reinbekommen habe. Ich bin jetzt aus Versehen schon mal in die Quote reingegangen. Ich sehe hier Standardoptionen, die ich innerhalb von so einem Angebot eben habe. Das heißt, wenn es jetzt die falsche Quote gewesen wäre, dann hätte ich jetzt hier die Möglichkeit, zurückzuspringen. Es gibt eine neue Print-Funktion von Magento, die das Ausdrucken einer solchen Quote recht komfortabel ermöglicht. Ich könnte, gerade wenn es um komplexere Angebote geht, die ich noch nicht direkt senden will, weil ich das noch mit irgendjemandem abklären muss, zum Beispiel mit meinem Vorgesetzten, dann könnte ich hier auch als Entwurf sichern, dieses Angebot, oder ich könnte es auch ablehnen und senden, wenn ich eben diese Änderung vorgenommen habe. Hier hätte ich jetzt als Händler noch die Möglichkeit, ein Verfallsdatum zu definieren, das heißt, hier haben wir zum Beispiel den 8. April genommen, könnte aber eben durch dieses Pop-Up auch jedes andere Datum definieren. Dann sehe ich hier eine Aufstellung eben von den Artikeln, die angefordert worden sind, für die der Kunde eben diese Quote gesendet hat. Ich könnte hier entweder zusätzliche Produkte hinzufügen, falls ich der Meinung bin, er braucht noch das ein oder andere Produkt oder wenn ich ihm zum Beispiel ein Goodie mitgeben will, ein Gratisartikel, dann könnte ich den hier nochmal hinzufügen. Bei konfigurierbaren Produkten hätte ich noch die Möglichkeit, die Konfiguration zu verändern, beispielsweise, wenn es falsch eingegeben worden ist und so nicht möglich ist, hätte ich hier auch noch die Möglichkeit, Produkte zu löschen oder die Anzahl zu verändern. Hier unten wird es dann auch noch spannend. Ich kann hier einen individuellen Preis definieren, eben für diese Quote, kann dann entweder einen prozentualen Rabatt geben über einen bestimmten Prozentsatz, kann eine fixe Summe nachlassen oder auch einen komplett individuellen Preis setzen. In dem Fall würde ich es jetzt einfach so machen, dass ich mal beispielhaft 10% Rabatt gebe. Das Ganze kann ich dann hier oben updaten, eben den Preis. Dann sehe ich, dass sich die Summe von jedem einzelnen Artikel auf 9 Euro verringert hat und eben die Gesamtsumme jetzt 18 Euro ist. Ich könnte das hier noch mit einer Kommentierung untermalen, das heißt, dann könnte ich hier noch ein bisschen was reinschreiben, habe 10% Rabatt gegeben, könnte ihm dann auch nochmal ein Dokument attachen, warum ich das gemacht habe und wenn ich die Quote hier absende, dann würde die wieder im Account-Bereich beim Handbäusen aufleuchten. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt können wir wieder mal ins Front einspringen. Genau, sehe ich jetzt hier gleich auch die Schnelloptionen, dass ich gleich auf meine Quotes gehen kann. Sehe dann hier eben diese Quote, die ich gerade angefordert habe. Könnte mir dann das hier nochmal durchsehen. Sehe hier oben immer den Status, dass diese Quote upgedatet worden ist vom Händler. Ich könnte die Quote dann auch schließen. Wenn ich damit nicht einverstanden bin, könnte sie auch als Kunde nochmal ausdrucken, Kommentierungen einsehen, die Historie einsehen und wenn ich damit zufrieden bin oder nicht zufrieden bin, könnte ich hier theoretisch nochmal eine neue Verhandlungsrunde starten und wie gesagt, ich habe vorher die Berechtigung eingerichtet, dass es dem Benutzer möglich sein soll, nachdem er so eine Quote erhalten hat, eben zum Checkout zu gelangen und das kann er eben hier unten direkt machen durch diesen Button Proceed to Checkout. Genau, sehe dann hier die Adresse, die hinterlegt sind. Sehe hier nochmal meine Shipping-Methoden. Aktuell ist jetzt in dem Demo-Modus nur eine aktiviert. Das heißt, ich habe hier keine Wahloptionen oder könnte natürlich theoretisch, weil es mehrere hinterliegt wären, auch andere auswählen und könnte dann eben die Order entsprechend platzieren. Könnte dann hier wieder zurückgehen, meine Bestellungen einsehen. Okay, die Berechtigung habe ich jetzt nicht. Da müsste ich jetzt wieder in den Administrator-Account zurückgehen, weil ich ja dem Einkäufer nicht die Berechtigung zugeteilt habe, Bestellungen anzusehen. Aber könnte jetzt als Administrator, könnte ich jetzt nochmal hier reinspringen unter meine Orders, sehe dann hier, dass der Herr Beusen eben geordert hat und würde dann hier nochmal den Link sehen, zu welchem Angebot diese Order platziert worden ist, damit da eben die Nachverfolgbarkeit auch sichergestellt ist. Genau, das war es soweit zu dieser Funktionalität eben kurz anzufordern. Jetzt hatte ich vorher noch zwei kleinere Funktionalitäten angesprochen, die so schon vorhanden waren in der Magento B2C Edition. Das sind zum einen die Schnellorders. Schnellorders lassen sich in der B2B Edition folgendermaßen regeln. Entweder es gibt hier unter dem Mein Bestellungen Bereich, gibt es hier eine Auflistung von verschiedenen Bestellungen und hier gibt es einen Reorder-Button. Wenn ich den klicke, dann ist dieser Warenkorb, den ich damals bei dieser Bestellung hatte, also Anzahl Produkte schon gespeichert von Haus aus und auch die Versandmethoden, die Versandadresse und die Payment-Methoden. Das heißt, ich komme relativ schnell zum Bestellabschluss, auch wenn ich natürlich manuell noch was ändern kann, wenn ich zum Beispiel anders bezahlen will. Dann hätte ich hier oben noch die Funktionalität im Frontend. Auf der Startseite sehe ich hier oben den Button Quick Order. Können wir jetzt auch mal ganz kurz reinschauen. Da habe ich drei verschiedene Arten und Weisen, Schnellorders zu platzieren. Einmal über die Eingabe einer Artikelnummer oder eines Produktnamens. Genau, da könnten wir jetzt mal ein Beispiel hernehmen, zum Beispiel diese Herrenjackette in schwarz, die will ich in der Anzahl 1. Darüber hinaus habe ich die Möglichkeit, falls mir die Artikelnummer schon vorliegt oder ich die Produktnamen schon kenne, auch hier multiple Artikelnummern oder Produktnamen anzugeben. Das Ganze würde ich dann per Komma trennen oder per Umbruch oder ich hätte auch die Möglichkeit, mir ein Demo-CSV runterzuladen, wo ich eben meine Artikelnummern und die Anzahl nach einem bestimmten Schema eintrage und dann wieder hochladen kann und dann würden wir die Artikel automatisiert in den Warenkorb hinzugefügt werden. Genau, das sind die Schnellbestellungsfunktionalitäten. Was ich jetzt auch noch ganz gern herzeigen würde, ist die Möglichkeit, Requisition-Lists zu erstellen. Viele von Ihnen, die schon mit Magento in Berührung gekommen sind, kennen ja bestimmt schon die Funktionalität, Wunschlisten zu erstellen. Bei einer Wunschliste ist es nur so, nachdem ich diese Wunschliste einmal bestellt habe, werden die Artikel automatisch aus dieser Wunschliste gelöscht. Nun ist die B2B-Anforderung ja häufig ja gleiche Artikel mehrmals zu bestellen, also in bestimmten Zeitintervallen beispielsweise und dafür hat Magento in der B2B-Edition die sogenannten Requisition-Lists. Die kann ich hier anlegen, könnten wir zum Beispiel mal schreiben, Männerartikel, könnte ich jetzt verschiedenartige Artikel einfach hinzufügen und so jetzt hier unter meinem Account-Bereich sehe ich jetzt hier die Option, meine Requisition-Lists einzusehen, könnte dann hier drauf gehen und hier sind dann die Artikel eben vorhanden, könnte dann hier mit diesen Häkchen die Artikel setzen, die ich jetzt auschecken will und wenn ich die Artikel bestelle und in den Warenkorb lege, dann bleibt diese Bestellliste immer vorhanden. Das heißt, das ist eine simple B2B-Erweiterung für die Wunschlisten. Könnt ihr natürlich hier auch noch Artikel bzw. Wunschlisten von der Sortierung her verändern und solche Einstellungen vornehmen. Genau, soviel zu dieser Funktionalität. Eine andere sehr spannende Funktionalität sind dann noch die Shared-Kataloge, die befinden sich unter dem Bereich Produkte. Shared-Kataloge sind kundenindividuelle Produkte, die ich einem bestimmten Unternehmen oder multiplen Unternehmen zuweisen kann. Das heißt, dieser Shared-Katalog, der setzt immer auf den Basiskatalog auf. Ich kann aus diesem Basiskatalog verschiedene Produkte oder ganze Kategorien rausgreifen und dafür ein individuelles Pricing setzen für ein oder mehrere Unternehmen. Könnten wir mal reinklicken. Eine Besonderheit ist in so einem Shared-Katalog, dass es immer einen Public-Katalog geben muss. Einen Public-Shared-Katalog, das heißt, in dem sind jetzt erstmal alle Artikel, also mein gesamter Basiskatalog enthalten und auf diesem Basiskatalog kann ich dann eben so einen sogenannten Shared-Katalog aufsetzen. Wir könnten das Ganze jetzt mal durchspielen. Nehmen wir eben so einen neuen Shared-Katalog, zum Beispiel für Agenturen anlegen. Agenturen. Hier sehe ich eben die Unterscheidung zwischen Public und Custom. Ich lege jetzt natürlich einen Custom-Shared-Katalog an, könnte dann hier noch eine Steuerklasse definieren für diesen Katalog, könnte das Ganze dann entsprechend speichern. Wenn ich dann wieder auf meine Shared-Kataloge zurückgehe, auf die Auflistung, würde ich dann entsprechend sehen, dass ich einen neuen Shared-Katalog für die Agenturen eben angelegt habe, der individuell ist für ein oder mehrere Unternehmen und der nächste Schritt wäre jetzt, ein Pricing und eine Struktur zu setzen. Das würde ich dann hier über den Reiter machen, über die Konfiguration und jetzt öffnet sich ein Pop-Up, wo ich mein gesamtes Magento-Menü sehe. Das Ganze kann ich natürlich wie überall in Magento auch auf einen bestimmten Store einschränken und könnte dann hier entsprechend meine Produkte oder meine Kategorien rausgreifen. Das heißt hier zum Beispiel eben die Fashion-Kategorie und dann würden sich hier eben diese Produkte, die hier grün hinterlegt sind, zu dem Shared-Katalog hinzufügen. Hätte hier dann auch wieder die Filterungsoptionen, natürlich gerade für Händler, die sehr viele Produkte haben, natürlich sehr praktisch. Hier also wieder dieses ganz normale Magento 2 Grid. Wenn ich jetzt meine Produkte ausgewählt habe, würde ich in den nächsten Schritt gehen. Der nächste Schritt bedeutet, ein individuelles Pricing zu setzen. Das kann ich entweder hier machen, über einen Custom-Price. Das heißt entweder ich kann einen fixen Preis hinterlegen oder einen Discount geben über einen bestimmten Prozentsatz. Das kann ich dann eben für jeden Artikel in einem einzigen machen. Es gibt von Magento auch APIs, das heißt das Ganze kann natürlich auch ERP-seitig gesteuert werden. Zudem sehe ich hier hinten die Option, einen Tier-Price zu setzen, das heißt einen Staffelpreis. Könnte ich hier über die Option Konfiguration machen. und könnte dann zum Beispiel sagen, wenn er mindestens die Menge 5 abnimmt, dann gibt ihm 20% Rabatt. Wenn er die Menge 10 abnimmt, dann gibt ihm 30% Rabatt. Nur um das Beispiel durchzuspielen. Wenn ich jetzt fertig bin, mit der Produktauswahl, also mit der Struktur und dem individuellen Pricing, würde ich hier oben auf Generate Katalog klicken. Das heißt, dieser Katalog wäre erst mal erstellt. Allerdings haben wir dem Katalog noch keine Unternehmen zugewiesen. Das wäre jetzt der nächste Schritt. Das heißt, dann gehe ich wieder auf meine Chat-Kataloge, sehe hier diesen Agentur-Katalog, den wir jetzt schon mal gesetzt haben, beziehungsweise konfiguriert haben, und hätte hier unter dem Button Select jetzt die Möglichkeit, verschiedene Unternehmen zu assignen. Genau, man sieht hier wieder die Unternehmen, die ich ja eingangs schon angelegt hatte, und könnte jetzt hier über den Button assign, könnte ich jetzt verschiedene Unternehmen zu diesem Shared-Katalog einladen. Diese Shared-Kataloge sind asynchron gelöst über die RabbitMQ, die jetzt leider bei uns in dem Demoshop nicht eingerichtet sind. Dementsprechend kann ich das jetzt im Frontend nicht herzeigen, aber jetzt wäre es so, wenn ich als Tech-Division eingeloggt wäre, dann würde ich wirklich nur diese Produkte sehen, die ich hier zugewiesen habe, und die anderen Produkte würde ich dann als Tech-Division eben gar nicht sehen. Genau, ansonsten war es das soweit zu den B2B-Features. Wir werden jetzt noch für Fragen offen, das heißt, Sie können hier gerne im Chat Fragen hinterlegen, und gerne können wir auch noch im Anschluss Kontakt aufnehmen, per Mail oder per Telefon. Ansonsten bedanke ich mich soweit schon mal für die Anwesenheit, und hoffe, ich konnte Ihnen den Black M2-2 B2B-Features ein wenig näher bringen. LGBTE Absolut Absolut